So, dann herzlich willkommen hier auf unserem Kanal Silicon Bretz mit ARYAMI 2. Wir stapfen in die Fußspuren der Ninjas und machen das von Dali Japan unsicher. Mit dabei, ja da ist der Swan und Herr Neo Degree. Hallo, willkommen und weiter geht's. Habt ihr die Mission? Okay, ach so, der Time ist abgelaufen. Gut. Wir machen es wie gehabt. Okay, ich bin, ich bin da. Du bist der Einzige, der rennt, mein Freund. Ich bin der Einzige, der wahrscheinlich hier Schottenvision benutzt. Nee. Oh nein, er sieht dich, er sieht dich. Wir müssen auch nix hier. Er sieht gar nichts. Okay, ich flüstere und jemand von euch erlegt ihn. Äh, ich stehe halt da nicht so gut dafür. Ja, Marco, du machst es. Nee, er interessiert sich nicht für uns. Ah, wahrscheinlich Kopfhutträger können nicht angelockt werden. Hm, okay. Los, Mr. Silverweiss. Okay, Job für mich. Ich mach's. Er ist zu mächtig. Ich kann ihn hochklettern, einfach ignorier ihn. Okay, ich ignorier ihn. Na ja. Hier unten ist die Unterhaltung. Okay. Da drüben rechts steht ne Wache. Ja, ich seh's. Wir könnten ihn ausschalten. Ah, Unterhaltung beginnt. Bleiben sie nah am Gespräch. Markiere die Vorratskisten. Markiere die Vorratskisten? Wie markiert man denn? Mach's nur ja wahrscheinlich einfach hingehen und dann... Ja, markieren. Er sieht uns, er sieht uns. Wer sieht uns? Der Feuermagier da hinten. Ach nein, da liegt Geld. Ja, ich seh's, aber wie wollen wir da jemals hinkommen? Ja, aber wir brauchen Geld. Warte, warte, ich versuch's. Ich versuch den anderen Weg, okay? Wartet sie. Okay. Falls ich da überhaupt noch hochkomme. Man kann einen Doppelsprung machen, nicht vergessen. Ja. Nee, Silberweiss stirbt schon hierherhalb. Alles gut. Warum? Wir struggle. Ja, ich schätz mal, in dem Lagerhaus ist schon mal das erste Fass. Kommen wir denn an denen vorbei, ey? Ich versuch es hier. Ich versuch es hier. Okay. Kann ich mich rüberfahrten? Ähm, wer ist denn da neben mir grad? Ich. Warum steht da einfach Silberweiss drüber? Was? Ja. Na, ich... Ich hab den Magier ausgeschalten. Alles klar, mein Schattendoppelgänger und ich werden das regeln. Los. Okay. Es sind zu viele. Oh, es sind zu viele. Oh, es sind zu viele. Was tut ihr denn da? Ist da ein Fass? Achtung, du bist entdeckt! Ah, entdeckt. Entdeckt. Da ist einer drin. Ich hab die Schattenvision nicht benutzt. Ach du, da ist noch einer. Direkt hinter der Ecke. Es geht los. Es geht los. Alle haben euch gesehen. Abbruch. Abbruch. Oh Gott, das hat sich ja jeder gesehen. Abbruch. Das war's. Okay. Okay. Ich geh wieder den anderen Weg, okay? Jetzt First Try. Okay. First Try. Jetzt First Try. Nachdem wir es im First Try nicht geschafft haben. Mach den Magier. Machst du den Magier? Es ist eine Ehre für die Vorrede der Stadt verantwortlich zu sein. Aber ich habe ihn den ganzen Tag. In diesem Haus da gegenüber ist es eine Kiste. Ich hab den Wachmann auch. Ich glaub, Badems Weg ist besser für dieses Lagerhaus. Ich weiß es nicht. Ich probier's mal. Hier kann ich flüstern. Oh nein, er hat mich nicht gehört. Er hat mich nicht gehört. Viel zu viel Gründau. So. Achtung. Um die Herren. Mal weiter zu gehen. Hier die nächste. Soll ich auch noch einen ausgeschalten? Er ist versteckt. Okay. Ja genau. Da unten ist einer. Aufpassen. Ich hänge hier auch am Fenster. Uiuiui. Da ist da unten noch eine. Ich weiß, ich weiß. Die müssen wir alle gleich... Ich weiß nicht, ob ich jetzt rein springen und drücke. Ob er am Fenster bleibt oder geht er rein. Weiß nicht. Ich bin halt ganz woanders, Leute. Warte. Ich hab ihn. Ich hab den unteren. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Da kommt noch einer. Aufpassen. Aufpassen. Da kommt einer. Er schaut genau her. Kannst du ihn flüstern, Andi? Ja. Flüstere ihn, dann bringe ich ihn um. Nicht umbringen. Nein. Oh, gut gemacht. Okay. Die sollten wir irgendwo weg tun, dass man sie nicht so schnell sieht. Ich hab eins markiert. Geld. Okay. Draußen bewegt sich. Da ist an der Tür einer. Sie ist. Ich hab jetzt Angst da, wenn ich da hingehe, dass ich drüber springe. Pass auf, unter dir ist einer, Andi. Ah, okay. Ich hab ihn. Oh, 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 oh. Da ist halt Schwanweg, glaub ich, gesehen. Zu Arno? Nee, alles gut. Der sucht nur. Okay. Das Gebäude ist gut leergeräumt. Okay, das sind zwei. Sind das Zivilisten? Ich weiß nicht, ob das Zivilisten sind die zwei. Okay, schlepp ihn weg. Schlepp ihn weg. Ich hab hier diesen Innenhof gesäubert. Sehr gut. Sehr gut. Alles klar. Ich hab den Typen. Ich hau ihn ins Gebüsch. Okay, pass auf, er sieht dich. Ich lock ihn an, okay? Ich hab ihn angelockt. Ich bin unsichtbar. Ich kann unsichtbar werden an der Wand. Jetzt schaut aber der Zivilist her. Ah, warte, warte. Easy, easy. Nice, gut. Unsichtbar. Nice. Ich weiß jetzt nicht, ob das sind das Zivilisten. Das ist jetzt die Frage. Die sollten es nicht riskieren. Okay. Da sind weitere Zivilisten und da ist eine Geldschatulle. Sehr gut, sehr gut. Hm. Was sind denn die anderen? Vielleicht ist das noch ein bisschen Geld. So, wieder einen. Die könnten ja überall sein. Ja, ich geh aufs Dach. Okay. Unten läuft einer von sich, Mr. Silberis. Ja, ich seh's. Da ist aber noch einer. Okay. Den könntest du mit einem Jump-Plump machen. Muss ich da springen oder einfach drauf? Springen. Ich hol ihn, ich hol ihn. Okay, da ist eine große Kiste. Dann läuft einer. Oh, 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 oh. Er kommt. Wieso läuft er? Der ist noch da. Der ist noch da. Der wird bei mir über uns. Ich baue voll komisch. Der ist weit weg. Müssen, wenn der da weg ist, in den Busch gehen und in den rechten Busch benutzen. Aber Achtung, da oben ist dieser Flammenmagier. Der schaut wieder ganz unentspannt. Wo, wo, wo? Ich jump jetzt runter. Nice, nice. Versteck ihn. Ah, ist ein Kumpel, sieht mich gleich. Versteck ihn, versteck ihn. Nee, drüber geschmissen. Egal. Fiasko. Bring ihn ganz weit weg. Ja, ich geh. Wie das auszieht. Okay. Da seid's, Schwan, hast du noch eine Kiste finden können? Nee, bisher leider nicht. Wahrscheinlich müssen wir... Oh ja, sehr gut, Marco. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Da ist eine Kiste genau vor uns angehen. Wir müssen... Warte. Ich versuche. Da unten sind zwei. Uiuiui. Das ist von hier aus. Ja, ein bisschen nach rechts und dann mit E. Geht es? Oder ist er zu weit weg? Ist er zu weit weg? Hier könnte ich es machen, aber hier ist... Ja, aber dann fliegt er runter, glaube ich. Geh weiter links und hoch und dann von hinten. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, okay, hier. Jetzt sehe ich die Kiste auch. Ah, einer muss in das Gebäude da unten rein und den Typen vom Fenster reinholen. I go. Aber noch etwas kalt. Oder den pfeife ich her. Warte. Der mit dem Hut, der wird sich wieder nichts... Ah, ja, stimmt. Ja, ja. Du müsst da ins Gebäude rein, den durchs Fenster holen. Dann habe ich freie Sicht auf den anderen. Ich mache erstmal die hier im Innenhofblatt. Aufpassen. Ja, genau. Hol den, Andi. Geht nett. Ja, genau, Marco. Da drin liegt noch Geld, Andi. Hinter dir? Ja. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, genau, Marco. Okay, wir haben es hier gecleared. Sehr gut. Okay, eins markiert. Markiert. Noch. Noch eins. Oh, da hoch kommen wir nicht. Da unten läuft. Eins brauchen wir noch, oder? Ja, Vorsicht, eins ist auch nach der Magier, der Feuerteufel. Und unten läuft einer. Ich versuche zum Feuerteufel zu kommen. Vorsicht. Oh, er sieht jemanden. Genau. Feuerteufel ist da an. Im Sprung kannst du ja Schiff drücken, also sprinten. Dann fliegst du ja weiter. Sehr gut, die Herren. Da liegt noch Geld am Dach links von dir. Ist das irgendwo? Ja. I see. 25, nice. Nice. Wir müssen auch schauen, dass wir Entwürfe finden, Leute, gell? Ja. Ich mache meine Schattenvision. Ich weiß, ich hoffe, die werden angezeigt auf der Karte. Das ist ja das. Hier liegt auch Geld da unten wieder. Dahinten leuchtet was Weißes. Ich habe da hinten so ein komisches Signal. Ich weiß nicht, ob das vielleicht die Markierung ist. So ein Kreisesymbol da hinten. Nee, ich glaube, das ist das Plutale. Achso, okay. Entschuldigung. Aber da hinten leuchtet. Ah, nee, es ist gar nicht was vorher. Okay. Ich glaube, dass das letzte Pass bestimmt da oben ist. Hier da. Bei diesen, äh... Ja, du musst nur nahe genau dran gehen. Und dann... Wird schon Geld markiert in der Schattenvision. Okay. 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 Okay, das sind zwei. Achso. Genau, lauf rüber, Mr. Swan. Ich sehe noch, dass es passt. Aber ich schätze mal, es ist da hinten irgendwo. Es sind zu viele. Es sind hier zu viele. Hier sind auch noch mega viele. Ja, der eine Typ, der das Tor bewacht. Den müssen wir herpfeifen. Warte, ich versuche mal den herpfeifen. Nee, er ist zu weit weg. Habe ich nicht geschafft. Nee, ich habe wieder einen. Hier ist das Fass. Hinter diesem Gebäude ist das Fass. Okay. Hier kommst du hin, ohne entdeckt zu werden? Versuch's, versuch's. Ah, nee, es sind hier zu viele. Da ist ja noch einer mit Hut. Wir müssen ja nicht jeden ausschalten. Okay, okay. Oh, gut gemacht. Da liegt noch Geld drin. Vorsicht, da kommt einer zum Fass. Ich bin direkt über dem Fass. Okay. Unter hier ist einer, ja. Markier es einfach oder schalte ihn aus. Da ist noch einer. Oh ja, da ist noch einer. Ich sehe es, aber da könnte ein Zivilist sein. Der hat kein Schwert. Okay, ist markiert. Achtung, da ist ein Gegner am Dach. Wiederhole Gegner am Dach. Wo bist du? Ach, da hinten. Ach, da hinten. Wir haben alles markiert. Flucht. 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 Dann hätte ich auch einfach durch das Fenster reinkommen können. Ja. Das weiß man halt nie. Okay, aber einen Entwurf hat jetzt keiner gefunden, oder? Leider no. Leider nicht. Ja. Aber wir wurden nicht entdeckt. Wir waren nie hier. Ja, lass uns erstmal zurückgehen. Wir wissen sowas. Haha. Kann dumm enden. Nein. Nee, aber ich sag jetzt schon mal überragend gelöst. Überragend. Das ist nichts. Muss ich da um, sind Zivilisten. Nicht zu gierig werden. Ich bin am Portal. Ich bin gleich da. Uh. nicht mehr vorbei. Wieso komm ich denn nicht mehr den Weg zurück, den ich vorher gegangen bin? Fuck, er hat mich entdeckt. Lauf. 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 Ja, shit. Flieht und nach. Gott. Ja, leider entdeckt worden. Ja, weil liegt doch Premium. Das war ein Fallschaden. Leider kein S-Rang dann mehr. Egal. Na, also den S-Rang würde ich mal sagen. Okay. Spieler, Wiederbelebungen gibt es auch. Okay. Die wurden Sammelobjekte 0 und 3. Schade. Wahrscheinlich hätten wir was finden können. Ich weiß halt nicht, ob sie markiert sind, wenn man so diese Schattenvision einsetzt. Ja, aber wir waren doch eigentlich schon ziemlich gründlich. Ja. Ich sage ja, aber ich weiß nicht, ob es markiert wird. Weil wir sind ja auch zu dritt, also... Ich bin schon aber übel. Also? Ich sprich mit Katashi. Ah, jetzt habe ich auch zwei Punkte. Nice. Jetzt Zeit zu investieren. Dann mache ich auch gleich. Ich spreche schnell mit Katashi. Du musst eh, glaube ich, mindestens drei von fünf nehmen, dass du eins weiter kannst. Doch. Oh. Hilf der Miliz. Teil eins. Okay. Katashi. Sakura leuchtet. Was hat sie denn? Oh, Sakura hat Amnesinadeln. Sehr gut. Ah, das ist nice. Eine Wurfwaffe, die beim Auftreffen auf ihr Ziel eine spezielle Mischung injiziert. Das Ziel vergisst dann, was es gerade getaunt hat. Na, jetzt gleich mal kaufen. Das ist wie bei Sekiro gab's die auch. Ah. In Essenzonen hat sie noch keine neuen. Man kann den Charakter übrigens schon drehen, Wadim. Äh. Ja, vielleicht habe ich zu schnell gedacht. Wie, echt? Man kann den drehen? Ich krieg's auch nicht hin. Ja, halt mit dem rechten Stick auf dem Controller. Oder? Ja, okay. Mit den rechten Steuerungstasten kannst du ihn drehen. Ui. Ah, okay. Ich habe mit der Maus probiert. So. Okay, ich habe zwei Punkte. Ab zum Kumpelmann. Hm. Hilf der Miliz. Eins. Müssen wir etwa ein zweites Mal helfen? Wer weiß da schon. Okay. Ein drittes Mal. Führer ein spezielles Attentat durch, das einen dunklen Nesel ausbreitet. Was stand denn da? Mach ich das jetzt mit dem Essenzkristall? Ich glaube, da musst du zu dieser Laterne hingehen. Ich habe es aber auch noch nicht gecheckt. Ich glaube so. Ja, man kann die Dinger noch auf-upgraden, die Fähigkeiten. Was? Jetzt wird's verrückt, was du da erzählst. Ja, meine Fähigkeit, wenn ich mich an die Wand drücke, werde ich unsichtbar. Jetzt, wenn ich sie aufwerte, kann ich am Vorhang, äh... Upgrade, ja. Aber... Vorsprung kann ich unsichtbar werden. Upgrade? Oh ja. Hm. Hm. Aber ich kaufe erst mal glatt. Das ist sehr krass. Das Upgrade von diesem Nebelding. Verstecke dich im Nebel, um deine Vitalität zu erneuern. Hm. Nice. So. Oh, und das Upgrade von der Schattenvision ist nämlich... Dann sehe ich, wo er als nächstes hinläuft. Hinläuft. Das ist auch gut, ja. Okay, ich glaube, da spare ich jetzt... Was heißt sparen? Es kostet nur einen Punkt. Aber ich glaube, das mache ich als nächstes. Weil das ist natürlich schon nice. Wenn das Upgrade auch ein bisschen diesen Weg füllt, dann ist das gar nicht schlecht. Wieso ist das, als Swan verletzt? Äh, ich bin gesprungen. Ich bin auch gesprungen. Ich bin auch gesprungen. Okay. Das heißt, wir müssen die Version beginnen. Boah. Ich mach mal das Blutrausch-Ding. Machen wir Blutrausch. Oder ein spezielles Attentat durch. Ja. Ja, Herr. Und los. Okay. Gut. Schalte das Ziel aus. Vier Stück. Okay. 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 Ihr müsst aber die Fähigkeiten dann auch ausrüsten, eure neuen. Oh. Wie? Bei mir ist es halt Steuerung, dieses Ausrüstungsrat. Flüstern. Flüstern. Blutrauch. Wie ist das denn aus? So, ja. Bittisten. Ja, okay. Ich hab's ausgerüstet. Ja, okay. Ja, weil der Standpassive Fähigkeit dachte ich. Das wird schon ausgerüstet sein. Schade. Leider nicht. Okay. Bei mir ist direkt feint. Hier wäre auch direkt so eine Laterne. Mist, hätte ich doch mal. Ich weiß doch, Andi. Ja, ich hab's. Probier mal. Ja, hier ist eine Laterne. Probier mal. Ich weiß nicht, ob es dieser Essenz ist. Ah, jetzt. Ah, nice. Oh, ich hab ihn aber leider getötet. Jetzt sind wir aber unsichtbar in den Nebel. Ist ja auch geil. Aber ich hab den jetzt getötet leider. Mit diesem Blutrauch tötest du leider. Ja, ich hab auch diesen Blutrauch. Da steht Töte, ja. Neustart. Nee. Ah, töten. Nicht töten. Okay, dann gehen wir jetzt Deadly durch. Hä? Wieso denn? Ja, dann hast du den Bonus-Tipp. Ich hab den Bonus-King alle getötet. Weißt? Ja, aber dann müssen wir ja wirklich alle killen jetzt auf der Map. Ja, stimmt eigentlich auch wieder. Aber vor allem, ich hab irgendwie das Gefühl, dass man ab und zu Gold bekommt, wenn man sie nicht mehr so viel und mächtig schlägt. Äh, probier's heut. Das war... Das war... Das ist mit dir, Alter. Völlig aggressiv. Ja, wieso? Bei mir sah es völlig brutal aus, wie du den niedergestrickt hast. Ja. Sah eigentlich wie ein Tod aus. Ja. Sah echt aus, als ob du den gerade abgemuchst hast. Oh, es sieht uns einer. Wo? Jetzt nicht mehr. Ich hab wieder einen. Hey, ich probier den. Was flüstern? Das ist ja schwarz. Kann sich schneller bewegen, Kollege? Ich entscheide, das zieht aus vier Leute. Ja, klar. Oh, 11. Alles. Nein, nein, nein. Nein, nein. Na, ist schon. Oh. Das war knapp. Oh. Oh. Komm hier, mein Freund. Komm hier, mein Freund. Zack, zack, zack. Ab im Busch. Der Teufel schießt auf mich. Da wurde jemand entdeckt. Ich bin wieder am Anfang. Hui. Ja. Ich bin entdeckt. Sorry. Alles gut, Chong. Mein Problem. Komm her, komm her, komm her. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Das klingt gar nicht gut. Jetzt nicht sterben, meine Freunde. Habt ihr übrigens auch Highlighten zu sein, ne? Ja. Beziehungsweise ich hab's ja alle verballert. Wenn du dir nicht gekauft hast oder verballert hast, dann nicht. Aua. Gehen wir jetzt voll rein, oder? Ich wurde entdeckt. Okay. Was müssen wir mit dem Zielobjekt nochmal machen? Töten. Ach, wirklich töten? Ja. Mein Gott. Sie haben mich. Einen hab ich. Nice. Ich geh zum nächsten. Ich bin auch grad bei einem. Oh, er flüchtet. Töten. Töten. Was ist denn mit euch? Ich werde umzickeln. Ich helfe dir. Sehr gut. Ah, es kostet mich alles aus. Au. Die muss weg. Ich sterb gleich. Flieh, Flieh, Marco. Was macht ihr? Oh, scheiße. Ah, Flieh. Oh, shit. Ab in Bursch. Das ist der Nimmelfahrtskommando. Ab in Bursch. Du uns wieder entdeckt. Abbruch. Versteh, oh. Scheiße, ich jagen dich. Oh, tot. Ja, der Miliz haben wir jetzt nicht nur so Simi gut geholfen, oder? Mhm. Das war nicht so geplant. Auf einmal sehe ich nur, wie Marco von 10 Leuten gejagt wird. Ja, next. Aber jetzt weiß ich, wo einer ist. Zu dem kann ich jetzt schon mal straight hinlaufen. Ja, mach ich auch. Und Lucid hat seinen Plan. Okay. Der Braaning ist noch. Ich kann ja auch einfach über die Dächer schleichen. Ja. Ja. Ja, Herr. Du hast Silber. Das ist ein Pfeifen, Herr. Mach ihn fertig auf der Dächer. Sehr gut. Okay. Komm her, mein Freund. Du, wer ist der, ist der, ach. Wer ist des? Jetzt kannst du die machen. Ja, Silberweiß Gumchi entdeckt. Nice, ich hab geflüstert. Oh, Gumchi. Was ist das? Silberweiß Gumchi entdeckt. Gumchi. Wir gehen jetzt aber nicht zum selben Typen, oder? Weiß ich nicht. Ich geh zu einem, wo ich grad vorhin gesehen hab. Wo, 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 wo. Ist dort jemand? Oh, shit. Ist dort jemand? Ich bin schon wieder entdeckt worden. Da sei Gamji. Lauf und versteck dich im Bio. Ich bin... Ah, Marco, flieg! Ich allah mir wieder alle. Das ist nicht gut. Mit der Moon, Moon. Ja, das war es wieder für mich, Leute. Lee! Okay, nutzt die Ablenkung. Okay, die Chunks. Ich habe mein Ziel aus Naum verloren. Ich weiß nicht mehr, wo er war. Nice. Stark. Stark. Die jagen mich noch alle. Die jagen mich noch alle. Ich werde dich finden, versprochen! Ich glaube, ihr war auch. 0 von 4. Was ist da los? Ja, ich finde dich nicht. Ich muss mich hier durch Horden durchkämpfen. Ich glaube, wir müssen es wieder ruhig angehen. Weil ich habe gedacht, das war ruhig. Oh, 1 von 4. Nice, nice, nice. Ich habe das weich. Ich habe die Orientierung auf der Map verloren. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ja, entdeckt. Das Rating kannst du jetzt schon vergessen. Und es geht in Kasei. Und es geht richtig in Kasei. Ja, aber du bist halt auch so insta-tot, ey. Ja, weil du keine Ausdauer hast. Dann bist du tot. Alter, es stehen am Anfang wieder alle. Ja. Schei, schei, schei. Die Wache glitscht an mir vorbei. Nice. Ich hab gleich einen, ich hab gleich einen. Ich hab auch einen. Also, ne ganz normale Wache. So. Ich hab einen. Wer wurde denn da entdeckt? Man muss sie töten. Tag. Sehr gut. So, wo ist das nächste Ziel? Zwei brauchen wir noch. Bitte nicht sterben. Sonst ist es ein bisschen ungescheitert. Tschukens. Tschukens. Macht mich nie traurig. Ich hab echt komplett hier. Ja, wir müssen die erstmal finden hier. Na, ist hier schon klar. Ich weiß. Ich bin umzingelt. Das ist gar nicht gut. Ich hab welche abgelenkt. Das ist ja abgehaft. Das hat auch umzingelt. Ich hab welche abgelenkt. Mehr kann ich nicht bieten. Sehr gut. Okay. Ich wollte ihn verletzen. Benutzt deine Special, Andi. Benutzt diese Laternen. Ich mach ihn fertig. Sehr gut. Ich hab wieder ein Team gefunden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mach ihn fertig. Aber er ist umgeben von Wachen. Wo bist du? Du bist ja zu weit weg. Ich bin ganz am Anfang. Okay. Hier liegt Gold. Nein, ich will ihn töten. Nein, ich will ihn töten. Töte ihn. Okay. Nur noch einen, Leute. Ich weiß. Ich weiß. Aber wo ist er? Hier steht ein Feuerteufel auf dem Dach. Feuerteufel auf dem Dach. Wiederhole. Feuerteufel auf dem Dach. Goldene Statue hab ich gefunden. Nein, das hoffentlich bringt dir viel Kohlen. Ja, da oben ist Silberweiß-Gamtschicht. Das ist ein bisschen Geld. Keiner will es einsammeln. Wartest du schon bei den Reisfeldern? Nein. Nein, nein. Ich geh hin. Das ist bestimmt der letzte Dude. Ah, Falschaden. Oh Gott, derweiß hat uns fast die Mission gekostet. Schau's dir an. Alter, das ist dein Ernst. Konntest du das nicht abschätzen, wie hoch das ist? Das war nicht so hoch. Hast du noch Highlighter? Nein. Sag mir, dass das nicht so hoch war. Es war mega hoch. Er ist von so einem Turm runtergesprungen. Ja, genau. Man kommt nicht zu den Reisfeldern. Das ist noch gesperrt, das Gebiet anscheinend. Alles gut, ich bin jetzt vorsichtig. Ja. Du musst dich jetzt eigentlich durchgehend in irgendein Gebüsch verstecken. Nee, du bleibst jetzt in den Spiegel. Du musst nur angepustet werden und das war's. So, wir brauchen noch einen. Brauchen noch einen. Oh nein, Einfallenschaden. Ist das denn wo weiß? Hören Sie drauf? Alles gut. Ich kaufe mir das nächste Mal Heidung, wenn wir daheim sind. Dann bist du wieder kalt. Wir haben... Wo ist er denn? Ich weiß nicht, hier liegt Geld da unten noch. Holt mal das Geld. Hier ist schon. Nee, ich freck hier fast. Wo ist das Geld? Wo ist das Geld? Auf, Faschad. Alter, was ist denn mit euch? Aber 44 Gold, das war schon gut. Jetzt geht's schon wieder in Kasei, Leute. Ich finde den Dude nett. Ja, ich auch nicht. Ich renne hier schon rum, als wenn ich daheim wäre. Oh, irgendwer wurde entdeckt. Wer wurde entdeckt. Ja, ich. Das ist das Ding, du weiß, natürlich. Natürlich. Er muss nur angepasst werden. Ah, er geht drauf, er geht drauf. Er geht drauf, er geht drauf. Bitte nett, bitte nett, bitte nett. Was macht das? Bitte nett. Kein Falscher. Ja, hallo. Steht da neben mir und will sie wahrscheinlich herlocken. Liegt überall Geld. Aber ich will sie jetzt nicht einsammeln, weil ich weiß, wir gehen gleich drauf. Jetzt ist los, komm, wir müssen den Typen finden. Ja, wo ist er denn? Weiß es doch nicht. Hier war doch jeder schon. Keine Ahnung. Wir waren doch jetzt schon überall fast. Wirklich gefühlt die ganze Map schon fünfmal abgelaufen. Was ist er denn da in diesem Wachturm? Da war doch Silberweiß auch schon drin und dann ist er ja fast draufgegangen. Ach, Kasse. Du. Da hinten war noch ein Weg, aber da habe ich nicht mehr. Irgendwann ist er schon wieder alarmiert. Ich gehe mal den einen im Weg, da war ich schon mal. Aber es sah so aus, als ob der... Verdammter Schleicher! Als ob der niemand war. Ich habe noch eine Statue entdeckt. Sehr gut. Ja, das wird alles useless sein, wenn du jetzt drauf gehst. Ich sterbe nicht. Tötest du mal schnell. Du gehst noch, wie du gerade stirbst. Das sieht jeder. Hä, wo ist denn der Typ? Da oben war noch ein Weg. Ich glaube, die sind da oben. Achtung, entdeckt. Wer will... Ich bin's nicht. Nö, Mr. Neo Degree. Was, ich bin 10.000 Kilometer worden. Ah, was soll die Phase hier? Ey, wieso steht der Typ da oben wieder? Kommt mir das Haus irgendwie rein? Ich kann es dir nicht sagen. Ich für die aber auch hier 1.000 Mal die Orientierung auf der Map. Seide wie ist, ey. Komplett aus. Ich glaube, der ist hier hinten. Bei dir? Ja, wo ich gerade bin. Ich glaube, hier sind noch ein paar Dudes. Ist gerade nichts markiert. Vielleicht bin ich zu weit weg. Ich bin nochmal runtergefallen. Ich habe nochmal Schand bekommen. Alter, du hast ja nichts. Du hast ja gar nichts mehr. Oh Gott. Was ist denn mit dir falsch, Junge? Hör halt auf. Jetzt muss er sich nur so einen Zähnakel abbrechen und das war's. Ich gehe schon mal zurück zum Ausgangspunkt. Ja. Da bleibst du jetzt einfach nur stehen. Ja. Ja. Bitte. Aber ich kann mir auch nicht mehr so viel leisten, wenn ich so auf meine Leiste gucke. Nio Degree, du musst jetzt reißen. Da ist er, da ist er, der Letzte. Nee, ist überweist verprügelt noch einen. Ist das dein Ernst? Wie ist das dein Ernst? Hast du ihn gefunden? Ja, ich habe ihn. Töte ihn und tschüss. Ich versuch's. Fiasko Mission. Ich sag, wir kriegen ein F-Rating. Na, so schlecht war es es nicht. Hä? Wir sind alle drei entdeckt worden, haben getötet und sind selber gestorben. Und wir haben ewig gebraucht. Ja, die Mission war schon ein wenig Quatsch. Ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Dafür die nächste wieder mit umso mehr Fokus. Weg durch. Erledige es, Nio. Ja, ich muss mich gerade durchkämpfen. Moment. Durchkämpfen, das höre ich ja mal gar nicht gern. Ja, es sind gerade zu viele Leute hier. Ein bisschen. Wir sind nicht zu weit weg vom Portal. Ein bisschen zu viele Leute. Schau, was es hierhin gibt. Dann fällt er ins Wasser ein Stück. Ich mach gar nichts mehr. Ich bin sauer angeschlagen. Ja. Ihr habs gleich, Jungs. Ihr habs gleich. Ich schau die ganze Zeit nur auf deine Lebensleiste. Oh, fast entdeckt. Geh halt weg, Junge. Geh halt weg. Ich muss dich da her ausschalten. Okay. Sehr gut. Sehr gut, Junge. Hm. Tu's jetzt. Tu's doch einfach. Ich tu's jetzt. Ich tu's jetzt. Mach. Ja, komm her, komm her. Und komm, ganz schnell zurück. Ich muss, no God. Ich glaube, da gab es sogar irgendwo ein zweites Portal noch. Wir wurden vorhin zwei angezeigt mal. Ich muss hier weg. Oh Gott, so viele Leute. Gibt es da mehr bei dir? Oh nein, jetzt bringen wir die ganzen Leute noch mit her. Na toll, Alter. Ich halte für nichts aus. Ich bin gar nichts her. Ich bin völlig auf der anderen Seite der Map. Wo war das gerade? Jetzt kommen die ganzen Leute mit. Da hinten macht jemand was komisches. Ja, ich glaube, bin ich gar nicht. Das ist aber deine Schuld. Ich verstecke mich im Blut. Ach, da hinten ist auch ein Portal. Ach so, ja. Das meinte ich doch. Ja, ich war gerade ein bisschen. Das heißt, so an, erst mal ein Push. Irgendwann machen die Leute, glaube ich, einfach auf. Ja, das ist schlecht. Vorhin habe ich oben mal auf dem Turm den Mager fertig gemacht. Und dann bin ich wieder hergekommen. Der war wieder wach. Dann wollt auch immer alle töten. Oh Gott, was kommt da? Ach nee, es war dem. Oh Gott, was kommt da? Na ja, B wie... B? Für den miserablen Shit? Das war bravourös. Wieder kein Objekt gefunden. Nee, wir sind so schlecht. Ich habe zwei goldene Statuen gefunden. Ja, zählt anscheinend nicht. Ja, nice. Ich mit Katashi. See. Sollen Sie mal mal ganz schnell Heil-Items kaufen? Ja, ich glaube es auch. Wie Punkte habe ich? Er steht jetzt wieder da vorne, der Anführer. Katashi, was ist los? Ja, ich bin auch erst mal falsch gelaufen. Nice. Komm her, Katashi. Irgendwas soll ich erreichen. Erreiche das Gebiet. Oh, ich habe ein Haus bekommen. Oh ja, okay, ich chill im Haus. Das Unbegeisterte. Es ist ein äußerst schönes Haus. Sehr geiles Haus. Mission W klang in der Nacht. Ich habe Mission Sprich mit Anführer Katashi. Zum 10. Mal, ja. Ich glaube, ich muss mal diese Neemission machen. Und die sind jetzt aber weg. Schade. Ja, die haben ein bisschen Gold gebracht. Aber es kann sein, dass die auch immer nur einer machen muss. Okay. Okay, was verkauft sie? Oh, sie verkauft Kits. Ich will es anschauen. Kann ich es nicht anschauen? Na doch. So, Heil-Items. Her damit. Ja, aber hallo. Her damit. Sie hat neue Ausrüstung. Nice. Aber ist die neue Ausrüstung, hat die jetzt... Ne, ich glaube, es ist nur... Kosmetisch nur, oder? Kosmetisch. Nur kosmetisch. Sieht doch auch nice aus. Wer will denn schon kein stylischer Ninja sein? Ja, aber also ganz ehrlich... Da hast du mir jetzt die High-Items lieber. Mhm. Wie viel kosten die? 30? Einer oder 5? 30 kostet einer. Okay. Ja, kauf mal ein paar. Kannst du auch wieder verkaufen für 30, also falls man es nicht mehr braucht. So, ob wir es nicht brauchen. Oh. Der Kampf endet immer schnell. Komplette Ausrüstung. Finish. Alles, kaufen 5 Mal. Ich habe Geld. Ne, misch. Wo, jetzt stehen hier 3 Jünger? So, ein Punkt. Jetzt mache ich das Upgrade. Das Blutrauschen. Boah, das war ein Fehler, glaube ich. Jetzt bin ich auf der dritten Stufe. Nice. Ich kaufe mir jetzt... Bringt jetzt das Upgrade auch einen Fortschritt? Ja. Okay. Ja, danach ist die dritte Stufe. Okay, würde ich sagen. Nächste Mission, oder? Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017